Was geht hier eigentlich vor sich? Vor 10 Jahren hat es angefangen. Ein paar Jugendliche waren damals neugierig. Zu neugierig. Es war ein Freitag der 13. Seitdem geschehen hat er seltsam. Manche sagen, es sei nur eine urbanere Chemie. Andere schwören Stein und Ballen, das Monster gesehen zu haben. Was soll hier sein? Hier ist weit und breit gar nichts. Es ist zu spät um auszusteigen, okay? Du schlägst da mit drin. Toller Scherz, Leute. Ich hab keine Angst. Aber das sind doch nur Schauermärchen, oder? Ja. Aber das sind doch nur Schauermärchen, oder?